Foo Bebe, hallo Foo, denn I know that you food too. This video will be in German, so please activate the subtitles. Heute habe ich eine Obra- und Wiese-Torte, Victoria Sarina. Ich kenne den YouTube-Kanal nicht, deswegen gehe ich hier komplett unvoreingenommen rein. Bin sehr gespannt, eine Yoghurt-Apple-Torte mit Krispies, yeah. Let's go. Sieht ganz cool aus und ich hatte ja schon die Benjamin Blümchen-Torte, die war cool. 500 Gramm und ich esse ganz hoff, würde ich sagen, nochmal. Oh, Krispies. Den Erdbergschmarrn finde ich ziemlich cool. Und sie schmeckt ähnlich wie die Benjamin Blümchen-Torte, würde ich sagen. Süß, aber nicht so süß. Spring in eine Pfütze. Was bedeutet das eigentlich? Wisst ihr das? Das ist wahrscheinlich so was mehseimutig, denke ich. Ein bisschen Kühl noch in der Mitte. Was ich gut finde. Die Sahne-Torte müssen ein bisschen kühl sein. Die Sahne-Torte müssen ein bisschen kühl sein. Die Sahne-Torte müssen ein bisschen kühl sein. Ich möchte sie mitgeben ohne Kühlschmarrnchen nicht nachschauen. In darauf, das leicht الاcht. L Diese Erdbeerkreme an der Seite finde ich mein Bestes. Die Erdbeer an sich haben nicht so viel Geschmack. Die Erdbeer an sichern. Ich mache das so schön. Ich mache das so schön. Und hier sind die Schmelz und die Geschmack zu essen. Aber auch, wenn ich hier rauskomme, ist die Schmelz und die Stücke sehr gut. Ich habe noch einen Schmelz. 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 Ich werde das nicht so gut machen. Ich werde das nicht so gut machen. Ich werde das nicht so gut machen. Ich finde es sehr gut. Die Torte von Victorias Arena, ganz cool. Ich hätte mir noch gewöhnt, dass sie ein bisschen anders ist im Vergleich zu der Torte, die auch Erdbeer hat und so. Was mir aber super schmeckt. Und ja, diese Torte finde ich, obwohl es so bunt ist, so ein bisschen bieder, hätte noch mehr Pepp haben können. Eben meine Augen. Aber hey, trotzdem cool, dass ich probiert habe und kann man auf jeden Fall essen. Und ich gebe dieser Torte 5 Punkte. 5 Punkte auf meiner Skala ist nicht schlecht. Ich würde es auf jeden Fall ab und zu essen. Ich würde es hier vielleicht nicht unbedingt kaufen, jetzt ständig. Aber ich würde auf jeden Fall ein Stück essen, wenn mir jemand anbietet. Jetzt kommt mein Outro, Comment. Danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. See ya.